Mit der Veröffentlichung von Blender 4.4 wurden in Blender Action Slots eingefügt. Ein Weg, um Animationen zu erweitern mit weiteren Daten und Segmenten, um noch mehr aus einer einzigen Animation heraus zu ermöglichen. Doch wie genau funktionieren sie und was ändert sich im Vergleich zu Blender 4.3? Denn zum Thema Animationen haben wir bereits vor zwei Wochen hier dieses Video gemacht, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, kannst du dir gerne anschauen. Und jetzt werden wir das nochmal richtig aufholen mit dem neuen Feature aus Blender 4.4. Ich bin natürlich Most Wanted und du siehst Blender 4.4 in 10 Minuten erklärt. Lass gerne einen Like da, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge gern in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Um Objekte in Blender zu animieren, gibt es mehrere Wege. Wir haben hier unten die Animation Timeline. Wir können Objekte auswählen, dann rechts unten das grüne Symbol, nutzen dieses Dreieck, den Datenbereich und dort auch Animation aufklappen. Und der richtige Weg, wie man es machen sollte, ist, wir nutzen oben in Blender hier den Animation Tab, denn dort sehen wir links die Rendervorschau, den 3D-Viewport auf der rechten Seite und am unteren Rand wieder die Animation Timeline. Animationen sind eigentlich nichts anderes als eine Wertänderung über Zeit. Hier unten haben wir Frames von Frame 1 bis Frame 250. Und du kennst aus Videos ja Frames pro Sekunde. Also wenn du in einem Video zum Beispiel 60 Frames pro Sekunde hast, dann wäre 1 bis 60 die erste Sekunde, 61 bis 120 die zweite und so weiter. Dieses Intervall können wir auch im Blender einstellen, indem wir hier rechts beim Drucker Output hier oben eben die Framerate bestimmen. Nehmen wir auch hier mal 60 Frames pro Sekunde. Hier unten können wir dann auch den Framerange einstellen für die Animationen von Frame 1 bis 250, vielleicht auch bis 300, dann wären 300 durch 60 eben genau 5 Sekunden. In Blender gibt es grundlegend vier Arten von Objektdaten, die du animieren kannst. Die erste sind die allgemeinen Objekteigenschaften. Dazu gehört zum Beispiel hier bei jedem Objekt das Transform, Position, Rotation, Skalierung. Die kannst du hier rechts über die Rauten-Symbole immer keyframen. Einfach hier unten einen Keyframe auswählen, auf die Raute drücken, an einen anderen Keyframe gehen und nochmal auf die Raute draufdrücken, um das Ganze zu animieren. Die zweite Art von Daten, die animiert werden können, sind die Objektdaten. Egal ob du jetzt Meshes nimmst oder auch hier Lampen oder die Kamera, du siehst bei vielen Werten dort ebenfalls die Rauten auftauchen. Und wenn dein Mesh zum Beispiel Shape Keys hat, wie in dem vorgestellten Video bereits zu sehen war, kannst du auch dort eben die Anwendung der Shape Keys animieren und weiter unten auch hier Texture Spaces und mehr. Die dritte Art von Daten, die animiert werden können, sind die Materialien. Das, was dein Mesh eben hübsch macht. Das, was es rendert und eben Farbe und Texturen draufbringt. Jede Eigenschaft eines Material Shaders kannst du hier animieren. Basisfarbe, Metallicness, Roughness, Alpha und alles andere, was einen Input im Shader erzeugt. Und Nummero 4, nicht zu vergessen, die Welt selbst. Die Welt hat Eigenschaften, wie unter anderem hier die Hintergrundfarbe und Stärke. Wenn du hier oben einen anderen Shader auswählst und dadurch neue Inputs wählst, kannst du auch diese animieren. Mit dieser Vielfalt von Daten, die wir in Blender animieren können, kommen wir jetzt zur Frage, wie bauen wir eigentlich Animationen in Blender 4.4 und wie werden dort die Action Slots eingesetzt? Nun, dafür müssen wir uns jetzt einmal anschauen, was sich hier unten im Bereich der Animation Timeline ändert. Und wir wollen, genau wie im Original Video, jetzt den Würfel von der Mitte aus hier entlang der X-Achse bewegen. Aber wichtig ist, es gibt eine Änderung, wie wir das machen. Zuallererst gehen wir unten links aufs Dope Sheet und springen sofort in den Action Editor. Mit dem Action Editor sehen wir nämlich sofort die Aktionen, die wir erstellen. Und in Blender sind Aktionen eigentlich Animationen. Also wenn wir hier auf Plus New drücken, legen wir eine neue Action an, eine neue Animation eben. Und hier können wir einen Namen eintippen, zum Beispiel im englischen Move fürs Bewegen. Und jetzt haben wir hier rechts einen neuen Button in Blender 4.4 und das sind die Action Slots. Wie funktionieren die? Wenn wir hier auf Plus New drücken, dann wird ein Action Slot erstellt mit dem Namen des Objektes. In dem Fall also hier für den Cube. Und das ist ein Block von Animationsdaten. Und zwar jetzt aktuell gerade im Kontext spezifisch für den Würfel. Nehmen wir also mal hier unseren Würfel, gehen im Inspektor auf die Objekteigenschaften und gehen oben auf die Location und drücken mal hier I für Insert Keyframe. Jetzt fügen wir auf Frame 1 nämlich die Position 0, 0, 0 ein und speichern die hier unten für die Animation. Jetzt gehen wir nach vorne auf Frame 300 hierbei und machen das Ganze mit X gleich 5 und drücken erneut I für Insert Keyframe. Jetzt ist das Ganze hier gespeichert und wir haben eine Animation für den Würfel von 0 auf 300. Jetzt haben wir die Daten des Würfels also im Action Slot Cube. Jetzt fügen wir ein zweites Mesh hinzu. Und zwar nehmen wir mal hier über das Add-Menü hier oben ein Mesh und zwar die UV-Sphäre. Und da gehen wir mit Tab auch wieder zurück in den Object Mode, denn im Edit Mode brauchen wir jetzt gerade hier nichts zu bearbeiten. Jetzt gehen wir mal hier auf den Frame 1 zurück und zwar dorthin und beschieben die Sphäre mal mit GY hier nach unten. Jetzt will die Sphäre auch ein Teil der Move-Animation werden. Wie machen wir das? Zum einen wollen wir jetzt hier unten die Animation Move auswählen und dann haben wir die Qual der Wahl. Wollen wir hier einen neuen Action Slot erstellen oder einfach den vom Cube nehmen? Wenn wir hier den Cube nehmen, dann wird hier die Animation ausgeführt und zwar mit den gleichen Daten wie die vom Würfel. Das heißt, wenn wir einmalig etwas anlegen, wie ändere deine Position von 0 auf 5 und wir wollen aber diesen Effekt bei mehreren Objekten anwählen, dann können wir hier unten diese der gleichen Animation zuweisen und den gleichen Action Slot zuweisen. Das können Sie sich so vorstellen wie eine eigene Animationsspur. Was einmal erstellt wurde, kann jetzt auf diversen Objekten angewendet werden. Hier beginnt aber auch die Komplexität, denn wenn wir hier unten mal die Animationsspur anpassen und wir löschen mal, hier auf Frame 1 gesehen, die Spur für Y und für Z aus der Animation heraus, mit Entfernen einfach löschen und wir schieben die Sphäre zurück hier über GY nach unten auf eine andere Y-Koordinate als der Würfel, dann gilt jetzt, beide Objekte animieren sich hier nur entlang ihrer X-Position und das sieht ungefähr so aus. Sie können verschieden hoch oder verschieden weit in der Szene sein, aber die X-Achse von beiden wird gleichermaßen animiert, weil wir uns nur diese Animationsdaten hier vornehmen. Wenn wir jetzt unsere Kamera hier mal nehmen und das gleiche machen, können wir auch hier sagen, Kamera in der Move-Animation, du nimmst ebenfalls die Daten aus dem Cube-Action-Slot und dann haben wir hier ebenfalls selbes Schema, das Ganze wird so animiert. Aber du merkst, die Kamera ist jetzt hier hinten. Das ist die gleiche Höhe wie die Sphäre, denn egal wo die Kamera ist, in Y und Z, X wird von 0 bis 5 animiert. Wenn aber unsere Kamera jetzt woanders sein soll, können wir hier über dieses doppelte Papier-Icon einen neuen Slot erstellen. Das wird eben jetzt der Kameraslot werden und hier können wir die Daten neu animieren. Die Kamera geht mal ein bisschen nach hinten, ungefähr hierhin so, RZ ein bisschen rotieren, dass wir beides circa sehen und wir machen dann hier bei den Objekt-Daten im Inspektor einen Keyframe bei der Position und Rotation. Und jetzt, selbes Schema, wir gehen nach hinten auf 300 und ziehen die Kamera über GX nach hinten weg. So, noch ein bisschen die Rotation anpassen, RZ und dann kommt das hierbei raus. Jetzt wollen wir erneut die Werte animieren, und zwar einmal die Location und danach wieder die Rotation und die Kamera ist mit einem eigenen Animations-Slot zugewiesen in der gleichen Animation Move. Ganz wichtig ist, es gilt, wenn wir eine bestimmte Animation spielen, dann werden alle Action-Slots davon ausgeführt, und zwar auf allen Objekten, wo sie zugewiesen sind. Das heißt, die beiden hier haben jetzt den Cube-Action-Slot und unsere Kamera hat den Kamera-Action-Slot. Also werden drei Objekte über zwei Slots animiert. Wir müssen Daten nur einmalig animieren, können wir hierbei mehrfach anwenden. Und so einfach geht's. Das muss man wissen über Action-Slots in Blender 4.4. Eine sehr schöne Mechanik, die einem Arbeit erspart. Animationsdaten auf diversen Objekten anwenden und der gleichen Animation einordnen, ohne dass man nochmal alles neu keyframen muss. Ziemlich cool, oder? Lass gerne einen Like da, wenn es dir gefallen haben sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib immer Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge in die Kommentare. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.